Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Alex, Inhale, Exhale. Das letzte Release von Alex war das gemeinsame Collabo-Album mit Maxwell, Obststand 2, im Juni 2019. Jetzt steht das erste Solo-Album des Hamburgers an. Inhale, Exhale beinhaltet 16 Tracks. Features kommen unter anderem von Bones MC, Jesus und Zafir. Das Album kommt über 187 Straßenbande und erscheint als CD, als Box und auch als Vinyl. Suna, Melech 2. Im April 2017 erschien mit Melech das letzte Solo-Album von Suna. Knapp drei Jahre später steht nun der zweite Teil an. Melech 2 kommt mit 17 Tracks, als Feature wurde unter anderem Loredana bekannt gegeben. Das Release kommt über KMN Gang und erscheint digital. Young Kaffer und Kütschig Effendi, Yin und Yang. Im April 2020 erschien mit Dickicht das letzte Mixtape der beiden. Jetzt steht mit Yin und Yang das nächste Release des Künstler-Duos an. Yin und Yang beinhaltet 18 Tracks. Features kommen unter anderem von Edo Saiya, Sio und Hatar. Das Release kommt über AEIOU und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.